Eurofins, your trusted partner. Hat der Preis was mit der Qualität zu tun? Wir machen den Expertencheck. Im Eurofins-Labor lassen wir die Hoodies von einer Textilexpertin begutachten. Was macht einen guten Kapuzenpulli aus? Die Farb- und auch die Formstabilität spielen eine große Rolle. Aber auch zum Beispiel, wie verändert sich meine Oberfläche? Ist sie flusig, aufgeraut oder entstehen sogar Pilz? Pilz sind kleine, unschöne Faserknötchen, die auf der Oberfläche von Textilien entstehen können. Halten unsere sechs Produkte den Labortests stand? Wir starten mit dem Form- und Farbtest. Laufen die Hoodies ein oder bleichen sie aus? In speziell genormten Waschmaschinen werden die Kapuzenpullis zehnmal gewaschen, geschleudert und getrocknet. Alles genau nach Herstelleranleitung. Trusted Partner.